Er war lange Jahre erster Konzertmeister der Berliner Philharmoniker und wird William jetzt auf der Violine begleiten bei der nächsten Improvisation. Begrüßen Sie mit mir unseren wundervollen Gast Guy Braunstein. Ich denke, jeder muss zu wissen, dass was jetzt passiert ist wirklich Unusual. Ich wusste nicht, dass es überhaupt nicht möglich war, bis 2012, wenn ein Freund von mir gesagt hat, dass wir etwas zusammenarbeiten können. Und ich sagte, es ist nicht möglich, es ist möglich. Guy hat nie getan das vor. Wir hatten ein paar Jahre später, das war nur heute, war es nicht? Something like that. Ja, ja, ja. Und es ist wunderbar, wenn es passiert. Aber es gibt sehr viele klassisch-trainer Musiker, die wir so comfortable machen. Und es ist ein honor zu sein mit Guy. Und was wird passieren, niemand weiß. Aber ich denke, ihr wird es. Und es gibt es. ! Applaus Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020